BR 2018 Mit den wilden Tieren Geht ganz nah ran, ganz nah ran Hallo, Leute. Darf ich euch meine neuen Freunde vorstellen? Das hier ist Fatima und diese süße Orang-Utan-Dame hier ist Amoy. Wir sind gerade auf dem Weg in die Orang-Utan-Schule. Hm. Amoy hier ist nämlich Schülerin in einer Dschungelschule. Was da alles so auf dem Stundenplan steht, das erfahrt ihr heute. Aber vorher habe ich noch ein paar tolle Orang-Utan-Infos für euch. Orang-Utans sind nach den Gorillas die zweitgrößten Affen. Einen Meter groß und bis zu 100 Kilo schwer. Und sie gehören zusammen mit den Schimpansen, Gorillas und uns Menschen zu den Menschenaffen. Der Name Orang-Utan stammt aus der malayischen Sprache. Übersetzt bedeutet Orang-Wald und Utan-Mensch. Zusammengesetzt also Waldmensch. Das macht auch Sinn, denn der Regenwald ist ihr Zuhause. In den Baumkohnen finden die Affen Nahrung. Sie lieben Früchte, aber auch Rinde, Blätter oder ein Stück Fleisch. Beim Trinken hilft das Fell. An den langen Haaren fließt das Wasser ab. Das ist auch bei Regen sehr praktisch, wie ein Regenmantel. Aber ihr Lebensraum wird immer kleiner, weil Menschen Tag für Tag den Regenwald zerstören. Und mit dem Wald sterben die Tiere. In freier Wildbahn leben nur noch knapp 60.000 Orang-Utans. Die Menschenaffen sind vom Aussterben bedroht. Einige Menschen sehen dabei nicht tatenlos zu. In Indonesien besuche ich heute ein ganz besonderes Schutzprojekt für Orang-Utans. Dazu bin ich nach Sumatra gereist. Weltweit leben nur noch hier und auf der Nachbarinsel Borneo freie Orang-Utans. Tierforscher Peter begrüßt mich in seiner Dschungelschule. Hallo, Peter. Hallo, Anna. Toll, dass du da bist. Ja. Du kannst uns heute Morgen gleich helfen, ein paar Futterpäckchen für unsere Orang-Utans zu machen. Gleich mitten rein, super. Genau, du fängst gleich richtig an und kannst hier einsteigen und uns helfen. Setz dich da mal hin. Sehr gerne. Okay. Genau, dann guck mal kurz zu, wie das geht. Du hast hier so ein großes Blatt, da kommen Früchte rein. Du streichst das mit dem Honig ein. Dann wird das ganz normal wie ein Päckchen zugefaltet. Und dann mit dem Band zugebunden. Wie ein Geschenkpaket. Genau, wie ein Geschenkpaket. Das ist also das Pausenbrot für die Orang-Utans und gleichzeitig ihre erste Schulaufgabe. Um an das Futter ranzukommen, müssen sie erst lernen, wie sie die Verpackung aufkriegen. Aber wieso müssen Affen überhaupt in eine Schule? In den letzten Jahren ist der Lebensraum der Orang-Utans, der Regenwald, fast verschwunden hier. Der Wald ist umgewandelt worden in Plantagen zur Produktion. Und deswegen gibt es nur noch ganz, ganz wenig Wald, in denen Orang-Utans wild leben können. Und während dieser Wald verschwunden ist, sind ganz viele Orang-Utans gejagt worden und als Babys verkauft worden auf einem illegalen Markt. Die versuchen wir jetzt zusammen mit der Forstpolizei zu konfessieren, wieder einzusammeln. Und dann kommen die hier ins Programm und werden wieder trainiert, weil die gar nicht genug Wissen haben, wie ein wilder Orang-Utan lebt. Weil sie ja noch als Baby oder als ganz kleiner Orang-Utan gefangen wurden. Und das versuchen wir jetzt hier alles in der Urwaldschule irgendwie nachzuholen und ihnen wieder beizubringen, bevor sie zurückkommen in den Wald. Das macht Peter schon seit über 15 Jahren. Er ist einer der bekanntesten Orang-Utan-Schützer überhaupt. Die Affen sind 200 Meter entfernt vom Camp in großen Käfigen untergebracht. Momentan besuchen fünf Schüler die Urwaldschule. Orang-Utan-Mama Sam ist mit ihrem Baby da. Der kleine Sule kann es kaum erwarten, bis der Unterricht anfängt. Kedang hat immer den Überblick und Amoy verschläft gerne mal die erste Stunde. Aber der frechste von allen ist Robert. Und ausgerechnet mit dem beginnt der Unterricht. Hallo. Er weiß gleich, dass wir ihm was mitgebracht haben. Streck gleich die Hand raus. Wer ist das denn? Das ist Robert. Das ist einer von unseren Orang-Utans hier in der Käfiganlage, die alle in die Urwaldschule gehen, die schon alle im Training sind. Und heute machen wir so ein bisschen das Verhaltenstraining. Aber Robert ändert einfach den Unterrichtsplan. Die Kamera ist gerade viel spannender. Zuerst hinterlässt er seinen Fingerabdruck auf der Kameralinse. Und dann krallt er sich den flauschigen Mikrofonschutz. Oh nein, der Robert hat gerade den Puschel vom Kameramikro geklaut. Er will ihn nicht mehr hergeben und macht ihn gerade kaputt. Eigentlich bräuchten wir den noch für unsere Dreharbeiten. Aber das interessiert den Orang-Utan nicht die Bohne. Er hat das jetzt ein bisschen auseinandergerupft, mal probiert, aber schnell festgestellt, jetzt hat er es in Wasser getugt. Ein schöner Schwamm. Und dann macht Robert etwas Seltsames. Zuerst wringt er den Mikrofonpuschel wie einen Schwamm aus. Dann klettert er am Käfig hoch und fängt an, die Stange zu putzen. Was lustig aussieht, hat einen traurigen Hintergrund. Ein wilder Orang-Utan würde das nie machen. Aber Robert war viele Jahre in Gefangenschaft und hat sich das bei seinen Besitzern abgeschaut. Bei Peter kann aus ihm wieder ein wilder Orang-Utan werden. Doch das braucht viel Geduld. Und jetzt gibt's wirklich Frühstück. Hab ich's dir mitgebracht, Robert? Dann gibst du ihm durch die Stäbe, sonst geht's kaputt, bevor es ... Robert ist erst seit einem Monat in der Schule. Für die kurze Zeit stellt er sich schon erstaunlich geschickt an. Schnell hat er den Knoten gelöst und stürzt sich auf das Obst. Die Lippen benutzen Orang-Utans beim Fressen wie eine Hand. Den ungenießbaren Kern schenkt er unserem Kameramann. Die erste Aufgabe ist gelöst. Die Blätter sind relativ einfach zu knacken. Mit so einem Reissack sieht's wahrscheinlich schon anders aus. Wollte ich den mal reingeben? Ja, da muss man mehr dran arbeiten. Das ist bestimmt spannend. Okay, okay. Wuppa. Im Reissack sind zwischen Blättern kleine Obststücke versteckt. Die muss er finden. Der Orang-Utan versucht es erst einmal auf die grobe Tour. Einfach mal den Sack auskippen. Oh nein, das war nicht so eine gute Idee, Robert. Jetzt fällt das alles durch die Gitterstiebe. Aber den Sack über den Kopf stülpen ist erst recht keine gute Idee. Gehen wir ihn mal noch ein. Vielleicht stellt er es diesmal klüger an, nachdem er gesehen hat, dass es nicht so gut war, wie er es gemacht hat. Gucken wir mal, ob es beim zweiten Mal besser wird. Menschenaffen haben die Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen. Sie sind wesentlich intelligenter als die meisten anderen Tiere. Und lernfähig sind sie auch. Diesmal untersucht er und kippt es nicht gleich aus. Er hat schon gelernt. In ein paar Minuten eine ganz andere Technik, um an die Früchte zu kommen. Diesmal kippt er es nicht aus. Das ist jetzt richtig clever. Für diese Leistung kriegt Robert eine glatte Eins. Was machen wir jetzt? Der Robert hat sich gut geschlagen. Jetzt gucken wir mal, wie er sich außerhalb des Käfigs verhält. War er da schon mal draußen? Nein, das ist das erste Mal. Jetzt gucken wir mal, ob er in den Wald geht oder ob er nur am Käfig rumspielt. Das ist richtig spannend. Die Orang-Utans der Dschungelschule wurden jahrelang in kleinen Käfigen als Haustiere gefangen gehalten. Diese Käfige hier sind viel größer und stehen im Urwald. Sie sind die letzte Station, bevor die Affen wieder ausgewildert werden. Robert macht seine ersten Schritte in Richtung Freiheit. Das ist eigentlich ganz gut. Wie ein Orang-Utan auch in der Natur. Er bringt sich erst mal in die Höhe, in die Sicherheit. Das erste ist ein Fluchtinstinkt, ist ja jetzt auch viel neu. Und nach oben ist immer sicher. Robert könnte auch einfach abhauen. Aber das macht er nicht, weil die Angst vor dem Dschungel noch zu groß ist. An den Käfig ist er dagegen gewöhnt. Da fühlt er sich sicher. Auch vor Menschen hat er keine Angst. Dafür jagt er mir einen Schrecken ein. Der sieht schon sehr, sehr schnell aus. Ich hab Angst, wenn er so auf den Boden auf mich zukommt. Aber Robert hat sich wieder beruhigt und widmet sich der eigentlichen Dschungelprüfung. Vom Käfig führt ein Seil zu einem Baum. Dort hängt ein prall gefüllter Futterkorb. Wenn Robert da ran will, muss er weg vom sicheren Käfig und rein in den unbekannten Dschungel. Aus der Hangelpartie wird eine richtige Akrobatiknummer. Die Mitarbeiter helfen nach und locken Robert mit seiner Lieblingsspeise, einem Ei. Das ist ja so was, das wird er im Dschungel so nicht finden. Nein, aber das ist der allererste Schritt. Wir wollen ihn in den Wald reinbringen und dann soll er auch lernen, dass er da was findet. Dann geht das Stück für Stück weiter mit seinem Training. Und es klappt. Nach langem Hin und Her ist Robert am Ziel angekommen. Dschungelprüfung bestanden. Die Belohnung hat er sich verdient. Mit dem Wald verbindet er jetzt ein erstes gutes Gefühl. Nämlich, dass da auch Futter auf ihn wartet. Er muss es nur finden. Ja, super. Ziel erreicht, Bestnote. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Genau. Alles, was heute hätte passieren sollen, ist passiert. Er ist bis zu dem kleinen Futterkäfig gekommen. Er fängt jetzt an, das Futter rauszuholen. Damit ist dann die erste Lektion erledigt. Das hat er richtig toll gemacht. Können wir stolz auf den Robert sein. Wenn Robert auch weiterhin solche Fortschritte macht, darf er die Schule schon bald verlassen. In der Dschungelschule gibt es auch einen Kindergarten. Den besucht eine Orang-Utan-Mutter mit ihrem 1,5 Jahre alten Nachwuchs. Der kleine Kerl ist in der Dschungelschule auf die Welt gekommen. Oh Gott, das Baby ist ja wirklich sehr, 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 sehr süß. Wer ist das denn? Das Baby heißt Sule, die Mutter heißt Sam. Woher kommen die beiden denn? Warum sind die hier? Die Mutter kommt aus Nord-Sumatra. Die ist selber als Baby gefangen worden und auf dem illegalen Markt dann verkauft worden. Später ist sie von der Forstpolizei konfessiert und kam dann bei uns ins Programm. Und da war sie schon trächtig? Nein, die ist erst hier trächtig geworden. Wer Sules Vater ist, wissen die Mitarbeiter der Schule nicht. Wahrscheinlich hat Mama Sam vor knapp zwei Jahren Besuch von einem wilden Orang-Utan bekommen. Was bedeutet das jetzt für Sule, dass er hier in einem Käfig lebt? Hat er noch eine Chance, dass er auch ausgewildert werden kann? Ja, weil für Sule ist hier natürlich nichts zu lernen. In so einem Käfig, das ist nicht der Urwald. Deswegen in etwa einem Monat, wenn die Fruchtzeit beginnt, werden wir Sam und Sule in den Wald bringen. Und dann sind ständig Pfleger dabei, die die begleiten werden. Sodass Sule wirklich im Wald lernen kann, wie in den wilden Orang-Utan die ganzen Früchte, die ganzen Bäume kennenlernt, die Jahreszeiten kennenlernt. Und dann sich hoffentlich langsam an den Wald gewöhnen. Sule betritt dann zum ersten Mal seinen natürlichen Lebensraum. Für den kleinen Affen wird das eine sehr spannende Zeit. Ich darf Sule und Sam was zu futtern geben. Hier hab ich ein bisschen Papaya. Mal schauen, ob das schmeckt. Mit 1,5 Jahren besteht seine Nahrung noch hauptsächlich aus Muttermilch. Aber was die Mama da frisst, schmeckt ihm doch sicher auch. So gewöhnt er sich langsam auch an feste Nahrung. Und was man in der Affenschule sonst noch lernt, das seht ihr gleich. Aber erst gibt's für euch die nächsten Infos. Die Beziehung zwischen Orang-Utan-Mutter und ihrem Nachwuchs ist sehr eng. In den ersten Wochen nach der Geburt klammert sich das Neugeborene an das Bauchfell. Danach geht die Reise auf dem Rücken weiter. 7 Jahre lang weicht das Junge kaum von ihrer Seite. Von der Mutter lernt es dabei alles, was ein Orang-Utan wissen muss. Z.B. Klettern, welche Pflanzen genießbar sind oder wie man sich ein Schlafnest baut. Bis zum nächsten Baby können zehn Jahre vergehen. Das ist die längste Zeitspanne zwischen zwei Geburten unter allen Säugetieren. Und weil ein Orang-Utan-Weibchen etwa 50 Jahre alt wird, kann es nur vier bis fünf Kinder in ihrem Leben bekommen. Ich besuche heute Peters Dschungelschule für Orang-Utans. Auf dem Stundenplan von Amoy steht jetzt Futtersuche und Klettertraining im Dschungel. Wir werden die jetzt rausnehmen. Dann kannst du sie sozusagen huckepack bis zum Klassenraum tragen. Ja, supergerne. Dann darf sie jetzt raus? Die kommt jetzt raus. Da bin ich aber ein bisschen aufgeregt, wenn die zu mir kommt. Ja, aber schön. Cheftrainerin Fatima übt das jeden zweiten Tag mit Amoy. Sie ist erkältet und muss einen Mundschutz tragen. Möchtest du zu mir? Oh, er will nicht. Sie will nicht. Kommst du her? Oh. Hi. Und schwer? Ja, sehr schwer. Oh, schau mal, das ist ja wie ein Kind, das zu seiner Mama zurück will. Okay. Amoy. Oh nein, schade. Aber klar, es ist wie bei Kindern auch. Die müssen sich erst mal an einen gewöhnen. Und wahrscheinlich spürt sie auch, dass ich sehr aufgeregt bin und noch gar nicht weiß, wie man einen Orang-Utan hält. Ich probiere mich einfach mal langsam anzunähern. Und ich denke, dann kriegen wir das noch hin. Ich zitter total, weil ich auch so aufgeregt bin. Wir müssen uns erst mal beschnuppern. Amoy macht das auf Orang-Utan-Art. Hallo. Probieren, wie ihr schmeckt. Das ist ganz typisch bei Orang-Utans. Da wird ganz viel über Geruch gelernt. Und normalerweise, wenn unbekannte Personen da sind, dann brüllen die ganz gut und riechen erst mal. Die erste Einschätzung von jemandem läuft über den Geruch. Nicht unbedingt über die Optik, nicht durch die Augen. Das heißt, wenn sie jetzt findet, ich rieche nicht gut, dann mag sie mich auch nicht unbedingt. Dann möchte sie vielleicht gar nicht mit ihr in die Schule gehen. Aber meine bunten Schuhe findet Amoy ziemlich dufte. Oh, sie riecht mal dran. Vielleicht riechen die besser. Langsam nehmen wir Kontakt auf. Schaut mal. Die hält ganz schön fest. Da ist Kraft dahinter. Die sind richtig stark. Und dabei ist Amoy eigentlich noch ein Kind. Ich bin mir sicher, wir freunden uns heute schon noch an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Dschungelschule. Genau, damit ein bisschen was los ist und es uns nicht langweilig wird für Amoy. Geh mal los, Amoy. Klassenkamerad Kedong kommt auch mit. Das Orang-Utan-Männchen ist fünf Jahre alt und manchmal etwas ungeduldig. Peter hat mir gerade verraten, mit Kedong müssen wir immer weitergehen. Der wird sonst sehr unruhig. Der will immer Action, sonst fängt er an zu zwicken und zu beißen. Also, wir müssen ständig laufen. Der Dschungel steckt voller Nahrung. Allerdings müssen wilde Tiere auch wissen, wo und wie sie die finden. Das sollen sie in diesem Unterrichtsfach lernen. Aber Amoy hat wohl gerade keinen Hunger und geht lieber klettern. Eigentlich sollte die erste Schulstunde hier am Boden stattfinden, aber Amoy hat sich gerade in die Bäume verzogen. Ich glaube, die will schwänzen, ganz schön frech. Dann gibt es halt Einzelunterricht mit Kedong. Heute soll er lernen, wie er an das nahrhafte Mark von diesen Zweigen kommt, ohne sich an den Stacheln zu verletzen. Peter macht es vor und ich mach gleich mal mit. Das Erste ist, dass man die Lippen zurückzieht. Und dann nur mit den Zähnen die Schale versucht abzuziehen. Kedong soll zuschauen und es dann nachmachen. Aber er lutscht nur an dem Ast, statt zu beißen. Schau mal. So. Ach, er hat Mais. Süßer Mais schmeckt einfach besser als bittere Pflanzen. Und so langsam verliert Kedong die Geduld. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Er ist jetzt sauer, oder? Genau, er ist jetzt sauer und dann wird auch mal gebissen. Tut das weh? Ja, ich meine, jetzt hat sie zum Glück Gummistiefel an, aber ansonsten, die haben richtig große Zähne und ganz starke Kiefer. Und dann kann man das mal ... Aus der Dschungelschule wird manchmal ein echter Affenzirkus. Die Stimmung ist gerade ein bisschen gekippt. Ich glaube, gerade hat niemand Lust auf Unterricht. Muss man auch akzeptieren. Und ich muss auch sagen, ich brauch auch eine kleine Pause. Ich zitter total. Das war jetzt superaufregend. Er hat eine Wahnsinnskraft. Und die braucht er jetzt für die letzte Unterrichtsstunde, Klettertraining. Das können Orang-Utans sehr gut. Von allen Menschenaffen haben sie die längsten Arme. Damit können sie sich super von Ast zu Ast hangeln und auch weiter auseinanderstehende Äste gut erreichen. Und ihre kurzen, kräftigen Beine sind sehr beweglich. Ideal, um an Bäumen hochzuklettern. Warum ist es so wichtig, dass sie so hochklettern können? Zum einen ist die Hauptnahrung der Orang-Utans, sind Früchte. Und die wachsen natürlich oben auf den Bäumen oder an den Ästen. Deswegen müssen sie nach oben klettern. Dazu kommt, dass die Hauptgefahr für Orang-Utans die Tiger hier in dem Gebiet sind. Und wenn sie viel am Boden wären oder sogar am Boden schlafen würden, ist das Risiko groß, dass sie irgendwann von dem Tiger gefressen werden. Deswegen aus Sicherheitsgründen leben die in den Bäumen, in den Ästen und bewegen sich eben auch zwischen den Bäumen durch die Äste. Da draußen beobachten die Mitarbeiter der Dschungelschule das Verhalten ihrer Schüler ganz genau. Wie gut klettern sie, wie lange spielen sie und wie lange fressen sie. Daran können sie beurteilen, wann ein Orang-Utan die Schule verlassen kann. Bist du zufrieden mit unseren Orang-Utans? Machen die das gut oder sind die dir noch zu verspielt? Ja, nee, verspielt ist nicht so das Problem. Klettern machen sie schon richtig gut, aber die suchen natürlich im Moment noch nicht richtig viel Nahrung. Das liegt aber auch daran, dass im Moment die falsche Jahreszeit ist. Im Moment sind nicht viele Früchte da. Und da müssen wir mal gucken, wenn in ein, zwei Monaten hier die richtige Fruchtzeit ist, ob die dann ganz viele Früchte fressen und auch viele verschiedene finden. Und danach kann man dann eher absehen, ob sie schon so weit sind, dass man sie rauslachen können oder ob sie vielleicht noch ein Jahr hier weiter in die Urwaldschule müssen. Wie viele Schulabschlüsse gibt es denn schon bei euch? Wie viele wurden schon ausgewildert? Also in den letzten 15 Jahren haben wir insgesamt 165 Orang-Utans ausgewildert. Also 165 sind hier aus der Schule rausgekommen. Und das ist aber doch eine gute Quote, oder? Ja, das ist richtig gut. Da sind wir auch richtig froh drüber. Haben sich denn die ausgewilderten Orang-Utans auch schon vermehrt? Ja, wir wissen definitiv, dass schon acht Orang-Utans hier geboren wurden. Wir haben natürlich gar nicht alle auf unserem Radar. Wir sehen ja nicht alle. Also wahrscheinlich sind es viel mehr, aber bei acht wissen wir es definitiv. Und hoffentlich werden es noch viele mehr. Genug geklettert. Mit müden Affen kehren wir zurück ins Lager. So, das war für uns alle ein anstrengender Tag. Und ich glaube, Kedong und Amoy sind auch froh, wenn sie sich jetzt in ihrem Käfig ausruhen können. Alle Menschenaffen bauen sich abends ein Nest aus Zweigen und Blättern. Auch das müssen die Orang-Utans der Dschungelschule üben. Amoy ist ein echtes Naturtalent. Sieht auf jeden Fall schon mal gemütlich aus. Hat sie sich gut angestellt? Ja, das hat sie im Moment richtig gut gemacht. Hat auch die Ästchen nach innen gefaltet, so wie das ein wilder Orang-Utan machen würde, um ein Nest zu bauen. Aber das heißt noch nicht, dass sie draußen auch richtig gute Nester bauen wird. Das ist eine lange Erfahrungssache. Und gucken wir mal, wie das später im Wald aussieht. Dann sage ich vorerst, gute Nacht, Amoy. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt es auch im Internet. In Indonesien besuche ich Peter in seiner Dschungelschule. Hier werden verbeiste Orang-Utans auf ihr Leben in der Wildnis vorbereitet. Oh, er weiß gleich, dass wir ihm was mitgebracht haben. Genau. Streck gleich die Hand raus. Der achtjährige Robert ist der frechste von allen. Der Robert hat gerade den Puschel vom Kameramikro geklaut. Er will ihn nicht mehr hergeben und macht ihn gerade kaputt. Heute darf der Orang-Utan zum ersten Mal seinen Käfig verlassen. Der sieht schon sehr, sehr schnell aus. Ich habe Angst, wenn er so auf den Boden auf mich zukommt. Im Kindergarten wartet eine Mama auf die Einschulung von ihrem Sohnemann. Oh Gott, das Baby ist ja wirklich sehr, sehr, sehr süß. Wer ist das denn? Das Baby heißt Sule, die Mutter heißt Sam. Amoy hat gleich Futterkunde. Aber von mir will die junge Dame nichts lernen. Oh, schau mal, das ist ja wie ein Kind, das zu seiner Mama zurück will. Affe Kedang hat nur Quatsch im Kopf. Boah, also die Stimmung ist gerade ein bisschen gekippt. Ich glaube, gerade hat niemand Lust auf Unterricht. Aber in der Kletterstunde sind alle dabei. Denn in den Baumkronen vom Regenwald sind die Orang-Utans zu Hause. Ich sage es euch, Leute, so eine Orang-Utan-Schule ist ganz schön aufregend, aber auch ziemlich anstrengend. Deswegen baue ich mir jetzt auch mein Bett und lege mich eine Runde aufs Ohr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Was soll das, dass du nimmst? Ey! Dann halt ohne. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran. Ganz nah ran.